Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Mad Evil Dynasty. Schön, dass ihr wieder reinschaltet, liebe Leute. Heute ist zweiter Weihnachtsfeiertag. Was mir noch eingefallen ist, ich habe die Kupferpfeile beim letzten Mal gar nicht aus meinen Gegnern rausgezogen. Hier ist noch einer vorhanden. Wieso ist denn der da unten, Leute? Wo ist denn der hingeflogen? Okay, egal. Wir nehmen den raus. So, dann schauen wir nochmal. Hier hat man jetzt alles erledigt. Der Kerl, der nickt noch ein bisschen mit seinem Kopf. Der ist gut gelaunt. Und hier müssten doch genau auch Pfeile stecken. Das habt ihr mir ja gesagt, dass man sich irgendwie hinter eine Deckung bringen soll. Und dann schießen die die ganze Zeit die Pfeile irgendwo hin. Ich gucke nochmal hier rein. Ach, gucke mal. Bronzespeer. Ja, geil. Was habe ich hier? Ich habe einen Steinspeer. Der hat nur noch 30%. 37%. Ich nehme mal hier den 37er mit. Und den hauen wir uns auch gleich in den Slot rein. Wir vergleichen mal ganz kurz. Wie viel Schaden macht der? 65%. Und der Steindingsibumsi hat er gemacht. Jetzt wartet. Wo ist er denn jetzt? Warte mal. Ich gehe mal hier auf Waffen. Den jetzt mein Steinspeer. Ah, hier. Der macht nur 35. Alles klar. Ja, cool. Da haben wir ja ein übelstes Upgrade, Freunde. Okay, weiter geht's. Neue Folge. Und wir bewegen uns weiter Richtung Osttoria. Und schauen mal, was wir so unterwegs noch finden. Ich nehme mal an, der Weg, der führt dorthin. Wir müssen halt hier aufpassen. Hier sind halt überall Bären und so. Ei, guckt mal. Hier ist eine Höhle. Ist hier irgendein Bär? Ach, krass. So, Münzen nehmen wir natürlich alle mit. Salz ist auch immer gut. Hier noch irgendwas. Außer Steine ist hier nichts, ne? Zumindest sehe ich gerade nichts. Hier wollen wir doch mal reingucken, Leute. Wo befinden wir uns denn hier auf der Karte? Müssen wir uns merken? Genau. Ah ja, man sieht's auch. Guckt mal hier. Ich weiß gar nicht, ob man sich hier eigene Marker setzen kann. Also, ähm, so mehrere. Einer geht ja immer. Jetzt gehen wir mal hier reinklotzen, Leute. Ich habe natürlich noch keine Spitzhacke. So, was haben wir hier? Kupferader. Zinnader. Ich weiß halt nicht, ob hier drinnen in so einer Höhle Bären sein können. Hier wäre nochmal Zinn. Also Kupfer und Zinn. Das ist gut. Kann man da nicht, äh, eine Legierung machen? Wird daraus Bronze gemacht? Aus Kupfer und Zinn? Jetzt ist halt die Frage, ähm, baut man das direkt hier ab? Also, so würde ich's halt machen. Irgendwie, äh, ein Schmelzhaus direkt vor die Höhle stellen? Das ist ja eine Riesenhöhle, Leute. Wie weit geht denn das hier rein? Wow. Und hier ist überall Zeug zum Abbauen. Oder hier ist jetzt Ende. Oder baut man das ab, nimmt's mit nach Hause, aber dann hat man ja sicherlich ein Gewichtsproblem. Ich weiß nicht, wie's ist, ob man hier später mal einen Karren hat oder irgend sowas. So, jetzt hab ich mich verlaufen. Okay, die Höhle merken wir uns. Die finde ich wahrscheinlich auch wieder. Ist ja eigentlich recht übersichtlich hier. Genau in dem Weg, der über diesen Fluss hier unten geht. Ja, geil. Ist halt die Frage, ob man, äh, so einen Schmelzofen dann direkt hier baut. Ich weiß es nicht. Ob das Sinn macht oder ob man das hier abbaut und dann nach Hause schleppt. Was haben wir hier? Eine Holzschaufel brauchen wir nicht. Eine Truhe. Zwei Heiltränke nehmen wir natürlich mit. Wiegt ja jetzt nicht so viel. Ähm, wir trinken mal einen Schluck Wasser. Und dann essen wir mal was. Ich weiß gar nicht, ob ich genügend Essen überhaupt mit habe, Leute. Ah ja, guck mal, wir können ja auch Äppel essen. So, essen. Dann sind die schon mal aus dem Inventar raus. Ah ja, guck mal, hier haben wir ja auch noch gebratenes Fleisch. Zack. Das müssen wir eh essen. Das ist nämlich schon auf 68,5 runter. Alles klar. Haben wir das auch erledigt? Weiter geht's, Freunde. Ja, geil. Eine Höhle. Ah, der Wasserfall ist schön. Ist echt hübsch. Ich guck nochmal ganz genau auf der Karte. Genau. Das können wir uns eigentlich merken, oder? Und hier ist die Höhle. Da vorne ist schon wieder ein Lager. Leute, Leute, Leute. Wir kriegen wahrscheinlich bald ein Gewichtsproblem. Wenn hier überall Zeug zum Looten ist. Wie sieht der Bronzesperr eigentlich aus? Ah ja, ganz normal. Ne, Kupfer war es, ne? Egal. So, Apfelwein bringt ein bisschen Geld. 80, das ist gut. Das ist gut. Hier liegt noch was. Kohl. Guckt, Leute, unser erster Kohl. Und nochmal 82 Münzen. Schön. So ein bisschen Geld können wir ja immer gebrauchen. Salzfleisch. Vier Stück. Sonst noch irgendwas hier? Nö. Weiter geht's. Wie weit ist es noch? Ah, wir laufen auch gerade völlig in die falsche Richtung. Aber hier gibt es nicht wirklich einen Weg nach oben. Wir versuchen mal dort vorne irgendwie rechts abzubiegen. Wenn es denn geht. Scheint zu gehen. Nur aufpassen, dass wir nicht in irgendwie eine Bärenfamilie laufen. Es wird doch bald dunkel. Sollten wir uns jetzt wirklich mal beeilen. Wir können ja dort vor Ort wahrscheinlich nicht schlafen. Da drüben sind Wiesende. Oh. Was ist denn hier passiert, Leute? Ah, hier ist noch eine Kupferachs. Oh, Leute. Ich kann bald nicht mehr mitnehmen. Vergifteter Eisenpfeil. Das nehmen wir natürlich mit. Ist hier irgendwas Böses? Wie viel hat die? 9% brauchen wir nicht, Leute. Die Truhe ist leer. War wohl schon mal jemand hier. Oh, guck mal. Hier ist noch ein Pfeil. Kupfersperr. Oh, Kupfersperr mit 41. Den nehme ich natürlich noch mit. Jetzt tragen wir allerdings schon bald zu viel. Einen Hengst. Den könnten wir jetzt halten. Ei, ei, ei. Das wird alles nichts. Ne, wir müssen erst mal Zeug verkaufen. Wir müssen das Inventar leer kriegen. Sonst haben wir hier wirklich bald ein Problem, Freunde. Aber cool. Vielleicht gibt es ja dort auch eine Mission, in der wir irgendwie Leder oder Fell oder was weiß ich, Fleisch und sowas brauchen. Nochmal kurz geschaut. Ja, wir lade ich ihn einmal hier hoch. Hier ist wieder eine Kiste. Ey, hier sind ja überall Kisten. Und wieder 79 Münzen. Guck mal, wir haben schon über 1000 Münzen, Leute. Eisenerz. Aber das Inventar wird immer voller. Kann ich vielleicht hier... Wartet mal, hier gab es doch... Ähm... Irgendwas mit Gewicht. Aber ist alles noch nicht freigeschalten, ne? Schnelleres bauen. Ne, irgendwo gab es ja was, was Gewicht reduziert. Hier, das hier. Da könnten wir nochmal 5 Kilo mehr tragen, aber uns fehlt hier ein Punkt. Wir haben ja erst 89,9 von 1250. Können wir uns quasi abschminken, dass wir das jetzt skillen können. Die Aufnahme läuft. Ja, cool. Ja, cool. Ja, da trinke ich erstmal einen Schluck Kaffee und dann schauen wir uns das da unten an. Vielleicht können wir ja doch irgendwo pennen. Ja, ja, coole Gegend. Sehr coole Gegend hier. Ja, das ist so ein Flussdorf oder was. Ey, das ist ja cool gemacht. Guckt mal. Ja, da ist auf der Insel, auf der Kleinen sind Häuser. Das ist ja richtig nice. Ich hoffe, wir finden jetzt hier einen Händler, an dem wir irgendwas verkaufen können. Hier wären dann schon mal wieder die ersten Leute, die man rekrutieren kann. Also wartet kurz, Ausdauer regenerieren. Da, Le Borah. Zeig dich mal, meine Kleine. Wie alt bist denn du? 21. Hm. Hm, 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 hm. Oh ja, die hat auch sehr gute Stats schon mal. Die haben alle gute Stats, Leute. Guck mal, den könnten wir gebrauchen hier. Der ist gut in, äh, Gewinnung. Bergbau und so. Ja, den rekrutieren wir. Den können wir dann in diesen Grabungsschuppen stecken, ne? Dann müssen wir mal schauen, ob wir den jetzt überhaupt noch unterkriegen. Verwaltung. So, zeig ich mal her. Häuser. Eins zum drei. Kriegen wir den jetzt irgendwie da runter? Wartet. Äh, der ist jetzt neu. Wie hieß der jetzt? Ja, der hier, genau. Haus zuweisen. Guck mal, der kann hier bei irgendjemand mit rein. Bestätigen. Jetzt gucken wir mal ganz kurz die Häuser durch, mit wem er jetzt zusammen ist. So, hier ist Tybalt. Giesbohr. Ah, der sitzt mit Radegunda. Naja, die Radegunda ist mir ja eh zu alt. Ihr habt ja geschrieben, der Altersunterschied sollte möglichst nicht neun Jahre betragen. Also nicht über neun Jahre. Und die ist ja zwölf Jahre älter als ich. Also, das wird mit der eh nix, dass wir da cool miteinander werden. So, jetzt suchen wir erstmal irgendwie einen Händler. Beziehungsweise, ne, wir quatschen erstmal mit der Quest gebenden Person. Die schlafen natürlich jetzt alle schon. Kann ich hier schlafen? Ne. Wartet mal, wir müssen uns mal kurz wie warten. Ich kann doch mir ein Lager aufstellen oder sowas. Handarbeit. Ich kann doch auch irgendwie draußen schlafen. Wurde doch am Anfang von dem Spiel gesagt. Ich muss doch nur irgendwas bauen. Aber was? Ein Lagerfeuer oder so, ne? Gebäude. Gewinnung. Häuser. Ne, so kannst du noch ein kleines Haus bauen. Das ist ja jetzt ein bisschen zu viel. Hier, Lagerfeuer. Einfaches. Da brauchen wir Stöcke. Holzlagerfeuer. Da brauchen wir Brennholz. Das haben wir nicht. Stöcke. Na gut, dann besorgen wir uns mal Stöcke, Leute. Und versuchen mal hier irgendwo draußen zu übernachten. Da müssen wir wahrscheinlich nochmal den roten Bereich verlassen. Ich hoffe, ich habe genug Fackeln mit. Wartet mal, wie viele Fackeln habe ich denn? Noch zwei. Naja, das sollte reichen, hoffe ich. Holen wir uns mal Zweige. Und dann schlafen wir hier draußen und gehen das Ganze im Hellen an. Können wir uns auch schön das Dorf mal genau angucken. Ne, Tollkirche möchte ich jetzt nicht. Komme ich denn hier überhaupt hoch irgendwo? Ja, hier. Nur aufpassen, dass hier keine bösartigen Wildtiere sind. Oh, die Fackeln, die gehen aber schnell weg. Ich habe gerade ein bisschen Bedenken, dass die Fackeln nicht reichen. So, Zweige hätten wir. Dann nochmal. Handarbeit. Ne, Handarbeit war es nicht. Deko, Lagerfeuer. Zack. Feuer entzünden. Und wie war das jetzt hier mit schlafen? Ah, hier, schlafen. Schlafen bis zum nächsten Tag. Wunderbar, hat gut geklappt. Moin, es ist neblig. Aber ist kein Problem. Ja, cool. Und jetzt gucken wir mal, was die Questgeberin sagt. Und ob wir hier ein paar Sachen verkaufen können. Das ganze rohe Fleisch zum Beispiel. Ich meine, klar, für zu Hause wäre es auch irgendwie cool. Aber wir haben ja so einen weiten Heimweg noch. So, die schläft wahrscheinlich noch. Ach, geil. Wir gucken uns erst mal das Dorf an. Das ist ja hier wie so ein kleines Fischerdorf. Das ist ja hübsch. Ach, schön. Hier wurde schön Fisch zersäbelt. Oh, das ist niedlich gemacht. Das ist cool. Ja, geil. Voll cool. Hier hinten ist auch noch der Schuppen, wo man Lebensmittel lagert. Da würde man aber stehlen. Was ist das hier? Ah ja. Moin, bist du ein Händler? Ne. Schade. Kein Händler. Na ja. Quatsch mal mal mit der Quest gebenden Person. Ich weiß gar nicht, ob es Männlein oder Weiblein ist. Werden wir gleich erleben, Freunde. Ah, das ist schön gemacht hier. Jetzt würden wir uns dann vor allen Dingen noch ein bisschen Ried irgendwo ziehen, damit wir Fackeln herstellen können unterwegs. Ja, aber Händler sind hier jetzt keine, ne? Das Mist. Das sind hier keine Händler. Guck mal kurz hier hinten. Da, 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 da. Müssen wir auch wecken. Nützt nicht. Wir brauchen leeres Inventar. Obwohl, ne. Quatsch, quatsch, quatsch. Sorry, Leute, für das Hin und Her. Wir müssen ja erstmal mit der Quest. Vielleicht brauchen wir aber irgendwas, was im Inventar ist für die Quest. Ach so, ich kann ja in der Verwaltung den jungen Mann, den wir jetzt neu geholt haben. Holzfäller. Haben wir hier. Handwerker. So, warte mal. Wo ist der neue? Malinard. Der hier. Ah, der könnte jagen. Guckt mal. Den könnten wir noch mit in die Jägerhütte stecken. Wenn das geht. Wartet mal. Fertigkeiten. Nee, Quatsch, nicht Fertigkeiten. Was wollte ich jetzt? Verwaltung. Hütten. Jagd. Jagdhütte. Gehen da zwei Jäger rein? Ja, guckt mal. Das geht. Da können wir jetzt Malinard. Ne, Mainard. Mit reinstecken. Was habe ich hier? Ist das jetzt für beide? Oder kann ich die Einzelnen zuweisen? Das weiß ich gerade nicht, Leute. Ich lasse es mal so stehen. Werden wir ja dann sehen, ne? Ah, guck mal. Ach nee, den habe ich da reingesteckt. Hm. Ich denke mal, die machen das jetzt beide. So, wo war die Quest? Ich denke, das ist schon wieder doof. Ja. Stoiz Lava. Oh, die pennt natürlich noch. Das gibt es ja wohl nicht. Okay, müssen wir warten, bis die aufgewacht ist, Freunde. Ah ja, hier so ein Vogelhäuschen ist auch geil. Kann man das dann später auch bauen? Wahrscheinlich, ne? Das ist ja cool. Jetzt müssen wir warten, bis die halt aufgewacht sind. Hm. Aber hier wird schon geredet. Das heißt, die wachen gleich auf, Leute. Wie heißt denn der hier? Butzi Boy. Butzi Boy. Das ist ja ein niedlicher. Moin, Leute. Aufwachen. Ich bin da. Butzi Boy. Hm. Na gut, Leute. Ich mache mal einen kleinen Cut, bis die aufgewacht sind. Wir sehen uns gleich wieder. So, Leute. Die Frauen und Männer sind endlich erwacht. Ich habe hier aus Versehen irgendwas gedrückt. Ich komme jetzt hier gerade gar nicht raus. Lebe wohl. Okay. Bist du ein Händler? Bize brav. Okay, Freunde. Dann schauen wir mal. Ach so, ich habe das Hut ausgeschalten wegen... Wegen Thumbnail. Guten Morgen. Kann ich dir bei irgendetwas helfen? Ähm. Eine Leiche? Äh, da ist eine Leiche. Okay. Wessen Leiche? Ich weiß nicht, wessen. Ich habe es nicht geschafft, sie mir genauer anzusehen. Erstmal musste ich mich beruhigen. Mörder. So nah an Ostaya. Oder vielleicht sogar unter uns. Oder vielleicht war es nur ein wildes Tier. Ich kann mir die Leiche genauer ansehen, wenn du willst. Gut. Ich sage allen Bescheid. Oder besser nicht. Ich will keine unnötige Panik auslösen. Ja, unnötige Panik ist etwas, das wir auf jeden Fall vermeiden sollten. Wo hast du die Leiche gefunden? An der Straße zu unserem Dorf in der Nähe der Brücke. Ich bin bald zurück. War das nicht das, wo das Pferd auch lag? Okay, lebende Tote. Äh, jetzt müssen wir aber wirklich mal Zeug verkaufen. Wenigstens das Fleisch, was so viel Platz in meinem Inventar nimmt. Können wir hier mal einen Händler finden. Das sind alles keine Händler hier, Leute. Guckt mal. Krass. Wir gehen gleich dahin. Ich muss bloß mal wirklich ein bisschen was aus dem Inventar loswerden. Ja, das ist der einzige Händler hier. Anscheinend. Moin. Zeig mal deine Ware, bitte. Ähm, ich kann der das ja trotzdem verkaufen hier, ne? Den Apfelwein. Bierflaschen. Den einen Bogen, den hier, 15,6%. Den können wir verkaufen. Bronzesperre haben wir ja jetzt. Zum Beispiel den Holzhammer können wir verkaufen. Die Holzschaufel auch. Brauchen wir ja jetzt hier nicht. Ähm, Kupfermesser, Kupferpfeil. Oh, hier müssen wir mal wieder übereinanderlegen. Hier ist noch der eine Kupfersperr. Ich verkaufe mal das Leder. Nachtsichtrank. Krass. Rockenbier, 45. Die Steinachst. 42 Steinpfeile. Das ist schon krass. Und den Steinsperr hier können wir auch verkaufen. Ja gut, das wiegt jetzt hier nicht so viel. Tongrug, Tonflasche. Das brauchen wir alles fürs Dorf. Alles klar. Das sollte so erstmal reichen. Jetzt können wir wieder ein bisschen was tragen. Alles klar. Wir gehen der Quest weiter nach. Wieso ist hier kein Questpfeil? Der lebende Tote. Da. 79 Meter in diese Richtung. Ne, das war nicht dort, wo das Pferd lag. Ah, hier wäre auch noch eine Händlerin gewesen. Komm, das schaffst du. Mist. Das müssen wir wirklich außen rum. Ah, guckt mal. Hier ist eine Tür. Hier können wir durch. Bin ich auch mal gespannt, was das für eine Leiche ist. Oh, hier liegt er. Milton. Die Leiche liegt auf dem Boden. Sie sieht aus, als wäre sie am Ufer angespült worden. Allerdings befindet sie sich etwas zu weit vom Wasser entfernt. In der Nähe gibt es auch kein Meer und kein Fluss. Nur einen ruhigen See. Okay, wir schauen genauer hin. Aus der Nähe sind die leichten Bewegungen der Brust des Mannes ebenso leicht zu erkennen, wie das winzige Zucken in seinen Mund winkeln. Der ist gar nicht tot, Leute. Brauchst du Hilfe? Bist du verletzt? Kannst du mich hören? Psst. Nicht so laut. Sonst verliere ich die Wette. Okay, hier geht es um eine Wette. Die Wette stehe auf und erkläre dich. Psst. Ich kann nicht aufstehen. Er könnte zusehen. Wer könnte zusehen? Mein Freund, wir haben gewettet, dass ich meinen Tool so lang wie möglich, als wärst du Todrekord brechen kann. Und jetzt ruinierst du alles. Die Frau, die dich gefunden hat, hätte vor Schreck sterben können. Oder? Eins muss ich dir lassen. Als Leiche bist du ziemlich überzeugend. Hast du dir das Gesicht bemalt? Wir nehmen die Antwort. Danke, ja, das habe ich. Und weißt du, was das Ganze noch überzeugender und erschreckender machen würde? Etwas Blut und ein Messer. Wenn du willst, dass ich dich mit einem Messer ersteche, dann ist meine Antwort nein. Wobei ich zugeben muss, dass es verlockend ist. Nein, nein, nein. Aber wenn du etwas roten Saft verschütten und ein Messer hier lassen könntest. Ähm. Auf keinen Fall. Du stehst besser auf. Ich muss zu Stoys Lava zurück und ihr versichern, dass du keine Leiche bist. Nur ein Dummkopf. Hm. Ich nehme, glaube ich, ersteres. Die macht sich sonst Sorgen. Haben wir den jetzt noch mit Blut und Messer? Nee, das ist nicht gut. So, ich brich mit Stoys Lava. Der ist dann wahrscheinlich ein bisschen sauer auf mich, aber egal. Die Frau, die ist ja voll schockiert. Witziger Mann. Ich mag diesen Humor, der Entwickler sehr. Die Quests sind echt cool gemacht. Das muss man denen mal lassen. Ich dachte, da liegt die nächste Leiche. Steckt die sich im Haus oder wo ist die? Ah ja, hinten Kerze noch. Moin. Und, hast du die Leiche untersucht? Ja, habe ich. Und ich muss dich enttäuschen. Es war kein Mord. Was ist dann passiert? Ist er ertrunken? Hat ihn jemand vergiftet? Hat etwas da draußen ihn getötet? Die Sache ist die. Er ist nicht tot. Nicht tot? Ich weiß doch, was ich gesehen habe. Er tut nur so, als wäre er tot. Er hat mit seinem Freund gewettet. Tut nur so? Eine Wette? Ist er noch da? Ich bringe ihn um. Ich bin versucht, das selbst zu tun. Oder das würde dich zu einer Mütterin machen. Und ich fürchte, das müsste ich den Kastellan melden. Nehmen wir lieber die Antwort. Zu tun, als wäre er tot. Auf so eine Idee kann nur ein Mann kommen. Aber du verdienst auf jeden Fall eine Belohnung dafür, dass du dir die Leiche angesehen hast. Nimm das hier. Das habe ich heute gebacken. Aber was wäre Brot ohne sauren Milch? Ich habe gerade keine bei mir. Aber wenn du später wiederkommst, gebe ich dir welche. Ähm. Genug Dumme wird es immer geben. Danke, aber mach dir keine Mühe. Oh nein, Schätzchen. Auf keinen Fall gebe ich dir Brot und keine saure Milch. Ich habe meinen Stolz. Versuch gar nicht erst mit mir darüber zu diskutieren. Hat man echt im Mittelalter Brot mit saurer Milch konsumiert? Also wer sich in Geschichte gut auskennt, kann ja mal in die Kommentare schreiben, ob das tatsächlich so war. Ich würde es nicht wagen, dir zu widersprechen. Dann also bis später. Okay, wir haben ein Meerkornbrot. Coole Sache. Der lebende Tote. Warte auf, die nächste Jahreszeit steht jetzt dort. Dann haben wir ja eine Mission. Wir müssen ja... Genau, die nächste Jahreszeit. Ich schaue mal ganz kurz. Ich muss dieses Fleisch loswerden. Zu Hause wird er auch die ganze Zeit Fleisch produziert. Übrigens habe ich vorhin, als ich kurz pausiert habe, die Aufnahme, habe ich jetzt hier noch jemanden in die Jägerhütte mit reingemacht. Also da wird ordentlich... Ne, Quatsch. Da war der ja dabei. Äh, Wasserträger. Habe ich jetzt, äh, wo ich es Lava eingesetzt. Dass der Brunnen auch besetzt ist. Gut. Ähm. Naja, dann haben wir ja hier unten jetzt alles durch. Jetzt müssen wir irgendwie nach Hause. Dann machen wir das aber zusammen, Freunde. Das ist ein weiter Weg. Ich setze mal kurz einen Marker. Das sind 1300 Meter. Aber unterwegs finden wir vielleicht noch Sachen. Aber wartet mal. Wir müssen wirklich das Fleisch verkaufen. Ansonsten haben wir hier ein Problem. Wenn wir jetzt unterwegs noch irgendwelche Sachen finden. Ich finde es ja super, dass wir schon mal ein bisschen Geld zusammen haben. Es ist nicht viel, aber ein bisschen was. So, wo waren hier die Händler? Ne, ich will mal jetzt mit dem anderen Händler reden. Da war doch noch einer da oben. Grüße dich. Zeig mal deine Ware. So. Da kriegen wir noch mal 104 Münzen. Sehr gut, Leute. Und wir können wieder ein bisschen was tragen. Schön, ein bisschen Kohle gemacht. Das ist doch super. Und jetzt... Oh, Entschuldigung. Das war nicht so gemeint. Jetzt gehen wir schön gemütlich nach Hause. Und zu Hause müssen wir dann in der nächsten Folge einen Grabungsschuppen bauen. Na ja, und mal gucken, ob das mit dem Fisch schon so weit ist. Das wäre halt mal interessant. Ach geil, eine Vogelscheuche gibt es ja auch. Ich hoffe, die ganzen Dinge kann man tatsächlich auch selber bauen. Die Bank hier ist auch niedlich. Guckt mal, da kann man... Oh, ist das geil. Oder muss ich noch mal ein Bildchen machen? Das ist einfach zu schön. Wartet mal. Gut ausblenden. Das ist einfach zu schön. Finde ich auch super, dass man hier das Hut für Samtnitz ausblenden kann. Der junge Mann jagt Fische. Hier haben wir ja jetzt alles gemacht. Also mehr Bewohner würde ich mir jetzt erstmal noch nicht ranholen. Wir müssen halt zusehen, dass wir langsam mehr Produktionsstätten und so. Das muss sich ja alles nach und nach aufbauen, ne? Nichts überstürzen, kein Stress. Das Spiel ist einfach zu gemütlich. Da vorne ist übrigens nochmal eine Höhle, sehe ich gerade. Ne, das ist einfach nur ein Durchgang. Oder? Also von Weitem konnte ich jetzt gerade durchgucken. Aber schaut mal. Ne, es ist tatsächlich eine richtige Höhle. Ist hier ein Bär in der Nähe? Hier ist nur Jagdgebiet Lux. Ich schaue mal ganz kurz hier rein. Ah ja, guckt mal. Die Höhlen erkennt man echt an so kleinen hellen Stellen. Aber was haben wir hier für Material drin? Oh. Ich habe keinen Taucheranzug. Können wir hier durch? Hat jetzt gerade so ein bisschen The Forest Feeling, Leute. Wir sind gar keine Güter drin. Also keine Erze und nix. Scheiße. Ah, wir haben noch eine. Ich habe irgendwas gehört. Nicht, dass hier ein Bär drin ist. Das wäre nicht gut. Okay, hier ist nix. Ich mache mal ein bisschen Beeilung. Ich habe nämlich Angst, dass die Fackeln nicht lang. Ach, hier ist einfach nur ein Durchgang. Tatsächlich. Okay. Kleine Abkürzung. Super. Wieder was Tolles entdeckt. Aber halt keine Mats drin, ne? Ach, guck mal. Jetzt sehen wir das Fischerdorf von hier hinten. Cool gemacht. Ich gebe mal ein bisschen Fersengeld. Und laufe mal ein bisschen schneller. Aber ich achte auch auf die Ausdauer. Müssen mal ganz kurz was essen. Und an der nächsten Wasserstelle was trinken. Da oben ist eine Hütte. Wollen wir die noch mitnehmen, Leute? Ach, da oben sind mehrere Hütten. Naja, ich meine, wenn wir hier einmal auf dem Weg sind, lass uns die mitnehmen. Und wenn wir dort nur die Münzen rausholen, ne? Wichtig. Wichtig, wichtig, popichtig. Wir brauchen Geld. Bin ja mal gespannt, ob das dann alles mit dem Fisch funktioniert. Wenn wir zu Hause angekommen sind. Ach so. Da läuft ein Wolf. Mist. Ich habe nämlich gar nicht so viele Pfeile ausgerüstet. Wartet mal. Wo sind sie, die Pfeile? Da. Sieben Pfeile haben wir nur noch. Mist. Da ist auch. Läuft der gerade weg. Ist halt krass, auf welche Entfernung die einen checken, ne? Ah, den können wir umgehen. Den vielleicht nicht. Okay, die Kupferpfeile haben wir wieder. Wo die manchmal hinfliegen. Ah, guck mal, der rollt weg. Deswegen. So, den Wolf, den werden wir häuten. Ist das doch ein junger Wolf, oder? Bringt ja Erfahrenspunkte, ne? Das haben wir hier häuten. Viermal Pelz und zehnmal Fleisch schon wieder. Oh, wir haben dann langsam ein Wasserproblem. Mist, wo ist der? Ach, dort. So, erstmal den Pfeil. Nochmal kurz ausrüsten und wieder ablegen. So, alles klar. Das haben sie ein bisschen doof gemacht, dass man das immer so machen muss. Oh, wir haben kein Messer mehr. Ah. Lass mal kurz schauen. Wir brauchen Stöcke und Steine. Das finden wir hier. Das finden wir schnell. Machen wir uns noch schnell ein Messer und häuten unsere Beute. Ne, keine Tollkirche. Wir brauchen einmal nur Äste. So. Cool. Ja, da kriegen wir ein bisschen Pelz, ne? Da können wir uns für den Winter dann schöne Klamotten machen. Ach so, und wir müssen dann unbedingt in die nächste Jahreszeit. Da ist der nächste Wolf. Wie viele Wölfe sind denn hier, verdammt ich? Oh, das sind richtig viele. Ei, ei, ei. Drei Stück. Das könnte problematisch werden. Mal gucken, ob ich erst mal nur den einen pullen kann oder ob gleich alle drei kommen. Das wäre dann suboptimal. Oh, der war schlecht. Okay, der liegt. Jetzt haben wir bloß das Problem, dass wir nicht mehr genügend Pfeile haben. Okay, komm ich an die Pfeile ran. Ganz kurz. Drei Pfeile. Die müssen jetzt sitzen. Ja, hat alles geklappt, Leute. Hat alles geklappt. Wo ist er? Der steckt in dem Wolf drin, ne? Müssen wir den mal häuten, dann kriegen wir den bestimmt raus. Oder oben ist irgendein Zeichen. So, den Pfeil haben wir. Wartet mal, was ist denn das für ein Zeichen? Wahrscheinlich irgendwas in der Verwaltung. Oben links steht irgendwas. Oh, hier. Gewinnung. Was ist denn da? Was ist das? Kein Material. Ah, wahrscheinlich weit zu wenig Eimer da sind, ne? Kann das sein? Ja, jetzt sind wir hier wieder bei 1700. Kann sein, dass da zu wenig Eimer da sind. Da müssen wir mal demnächst Eimer produzieren. Nehmen wir jetzt die ganzen Wölfe mit, ja, ne? Aber wir müssen unbedingt was trinken. Verdammt. Das sind wir wahrscheinlich gleich wieder überladen. Noch geht's. Ziegenbock. Messer erforderlich. Wir haben schon wieder kein Messer. Stöcke. Ach Leute, hier ist so viel Zeug. Hier nochmal Pelz. Salz. Ja, wie könnt ihr jetzt nicht häuten? Können wir einfach nicht machen. Da ist blockiert. Wie komme ich denn da hoch? Ist hier noch irgendwas versteckt? Na komm schon. Aber wieso schafft er es nicht? Witze. So, was haben wir denn hier? Ein Langbogen. Oh, das ist gut. Upferpfeile. Steinmesser. Trank des schnellen Heilens. Entschuldigung, Leute. Ausdauertrank. Oh, hier nochmal 93 Münzen. Kirschwein. Stroh. Naja, nehmen wir mit. Gewichtstrank. Was macht der? Ein Trank wird am Kräutertisch. Bla, bla, bla. 600 Sekunden Effektdauer plus 20 Kilo. Ey, das ist geil. Wenn man dann später doch mal so die Mimedal looted. Jetzt muss ich mal gucken. Kupferpfeile haben wir jetzt richtig viele gesammelt, ne? Genau. 15 Kupferpfeile haben wir jetzt. Und was ist das hier? Das ist ein normaler Bogen. Wir haben ja jetzt einen langen Bogen. Der normale macht 20 Schaden. Der langen Bogen macht 40 Schaden. Geil. Den nehmen wir natürlich. Ja, cool, Freunde. Also ich werde jetzt die Ziegenböcke nicht häuten. Ähm. Jetzt ist aber auch schon wieder die Folgenlänge sehr, sehr drüber. Machen wir für heute Feierabend, würde ich sagen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da haben wir einiges zu tun. Grabungsschuppen, gucken nach dem Fisch und so weiter und so fort. Das wird cool. Äh. Ich gehe mal noch ganz schnell mit euch zusammen trinken. Hier unten, da ist Wasser. Müssen wir uns mal beeilen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Das wird cool. Ah, es macht so mega viel Spaß. Ich kann es noch immer wieder betonen. Richtig nices Spiel. Und halt auch diese kleinen Dinge, die man hier immer findet. Das mag ich. Jetzt haben wir auch schon ganz viel Pelz und wieder Fleisch. Das kann ich ja dann zu Hause mal braten. Für die Skillung, ne. Damit wir auch ein bisschen skillen. Und ich nehme mir gleich mal ein bisschen Ried mit. Damit wir Fackeln machen können. Okay. Das haben wir. Machen wir 20 Ried. Äh. Dann können wir nämlich zwei Fackeln basteln. Gut. Reicht uns. Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mache ich genau an der Stelle weiter. Da gehen wir noch das Stück zusammen nach Hause. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501